ja liebe youtube freunde normalerweise heißt es immer sodabrücken stehen einfach nur so da aber wir haben es hier mit einem sodabaugerüst zu tun am 31 mai dieses jahres wurde aufgebaut dann wort man ein bisschen rumgeputzt und gemalert am 23.06 war das abgebaut als die festspiele losgingen das war ein freitag an dem 26 den mond da wurde es wieder aufgebaut seitdem steht es mehr oder weniger nur noch so darum und man muss sich schon fragen welchen sinn macht das das baugerüst hier so rumstehen bis dann euer spaßmacher